Es gibt so das Sprichwort, das Kind in dir muss Frieden finden. Das Sprichwort gibt es. Und ich sehe so viele Menschen halt und ich habe mich an bestimmten Zeitpunkten in meinem Leben gehörte ich auch zu diesen Menschen, wo ich im Außen gesucht habe oder nach dem nächsten Ding, was irgendeine Lücke in mir drin erfüllt. Ich habe bei irgendjemand anders gesehen, okay, der hat das. Oder jemand hat den und den Skill oder der tritt so und so auf oder der hat das und das erreicht und das brauche ich in meinem Leben auch. Oder ich muss erst das und das und das haben, um ganz zu sein. Aber letztendlich oder ich brauche noch diesen Kurs oder ich muss noch das können oder dies oder ich muss noch dahin gereist sein und so weiter und so fort. Aber letztendlich war das einfach etwas, was wie gesagt, was offen war in mir, quasi etwas eine Lücke. Und diese Lücke kannst du nicht im Außen schließen. Diese Lücke kannst du nur im Innen schließen, wenn du für dich selber halt weißt, okay, was ist oder was hat diese Lücke überhaupt verursacht. Und wenn du das hast, dann gehst du glaube ich auch oder dann gehst du mit einem anderen mit einem anderen Blick durch die Welt. Wie hast du diese Lücke bei dir geschlossen? Das ist das Entscheidende. Wie habe ich diese Lücke bei mir geschlossen? Also sicher nicht durchs Schulsystem. Nein, garantiert sicherlich nicht durchs Schulsystem. Das stimmt schon. Wie habe ich diese Lücke bei mir geschlossen? Erstmal war es oder ist das ein Prozess, der bei mir mit Zeit kam. Am Ende des Tages, die Person, die ich heute bin, ist einfach eine mehrfache Iteration von der Person, die ich mit vier Jahren war und mit zwölf, mit 18, mit 20, mit 22, 24, 26. Nein, wie habe ich diese diese Lücke bei mir geschlossen? Ich habe halt irgendwann einfach erkannt oder mir darüber Gedanken gemacht, so wonach bin ich eigentlich auf der Suche? Was will ich? Und wir hatten halt da, ich glaube, du hattest mich auch gefragt, so wo siehst du dich in so ein paar Jahren oder wer willst du sein und so weiter und so fort und irgendwann habe ich halt so erkannt, so wie ich bin, jetzt bin, so das bin ich halt so und es gibt Sachen, ich will einfach besser werden, einfach meine Limits überkommen, meine Ängste überkommen und that's it und ich habe keine weiteren Ziele oder klar habe ich noch Ziele, vielleicht das eine oder andere, was ich haben will, aber es gibt nichts eigentlich, was drüber gestellt ist oder wo ich sage, okay, ich muss noch das und das erreichen, um erfüllt zu sein oder um komplett zu sein oder um zu sagen, ich habe was im Leben erreicht oder so. Es ist alles so, wie es sein soll, wie es sein ist oder wie es zu sein hat und am Ende des Tages geht es darum, dass ich einfach alle meine Ängste, die ich in Zukunft noch habe oder bekommen werde, dass ich die überwinden und an den Problemen wachsen, alle Probleme, die mir geschehen sind, selber erzeugt, die Seele sucht sich immer ihre Probleme selber aus und nichts passiert in meinem Leben, was ich nicht händeln kann, bis zum Tod halt. Der Tod ist halt das Ad Indefinitum auf dieser Reise, aber bis zu diesem Zeitpunkt geht es einfach nur darum, zu iterieren, besser zu sein, ein Prozent besser zu sein als gestern, ein Prozent besser zu sein als die Person, die ich vorher, je nachdem, wie du besser beschreibst. Du kannst der schlechteste Mensch sein auf diesem Planeten, du kannst ein Kartellboss sein, du kannst 30.000 Menschen auf deinem Gewissen haben, wahrscheinlich und trotzdem kannst du glücklich und verfüllt sein. Das ist auch eine Wahrheit in diesem Leben. Oder du kannst Naturschützer sein und du kannst dich Aktionismus für einsetzen und kannst genauso glücklich oder noch glücklicher sein. Je nachdem, was du Wert bemisst dann am Ende des Tages. Genau, genau. Das ist die große Frage, was bemisst du Wert und dann ist etwas automatisch auch wertvoller als etwas anderes und für den anderen, du hast zum Beispiel das Wort Seele in den Mund genommen, das heißt, vielleicht ist es bei dir etwas Spirituelles, was da entstanden ist. Für gewisse Leute ist es Religion oder Gott. Andere sagen, hey, ich bin chainless, ich folge meinem Purpose. Da ist eine innere Stimme, mit der ich immer connected bin und die, der vertraue ich. Was ich zum Beispiel auch spannend finde, ist der Ansatz der Zen-Mönche, die sagen, hey, das Einzige, was wirklich da ist, ist der präsente Moment und ich brauche keine Reizen mehr von außen und ich muss auch nicht mehr streben, ich muss auch nicht mehr besser werden, ich bin einfach nur noch hier in diesem präsenten Moment. Das ist auch ein spannender Ansatz, den ich jetzt persönlich als nicht so aktuell jedenfalls, nicht als erstrebenswert erachte, weil ich das Gefühl habe, das Streben eben schon noch was Menschliches ist, was wir alle ja irgendwo auch tun können, um eben, wie du es selbst schon schön sagst, Sachen zu manifestieren, Sachen zu materialisieren. Das ist ja der Mensch, das sind wir ja, das können wir. Warum es nicht dann auch tun? Warum nur im präsenten Moment verweilen und nicht auch mal in die Zukunft denken und zu überlegen, wo können wir hin? Das könnte man sich noch so überlegen. wo kann man hin? Wie kann ich noch besser werden? Was du musst, oder woran ich halt glaube, ist halt eine Sache und zwar, dass du wirklich dann erfüllt bist im Leben oder ich bin dann erfüllt, wenn ich eine Challenge habe, eine Herausforderung, eine Herausforderung, an der ich wachsen kann, weil die zieht alles negative oder anders gesagt, alles, was mir nicht gefällt an meiner Person, muss ich ablegen, um diese Herausforderung zu meistern, weil ich muss eine neue Person werden oder eine bessere Version meiner selbst werden, um die nächste Herausforderung zu meistern. Und damit geht halt alles, was mir nicht gefällt an meiner Person, muss ich automatisch ablegen, sonst komme ich nicht dahin. Habe ich schlechte Angewohnheiten, komme ich, und die Challenge ist groß genug, dann erreiche ich diese Challenge nicht. Das heißt, ich muss diese Angewohnheiten ablegen. Ich muss wissen, was ich nicht weiß. Ich muss gucken, okay, andere Menschen haben es schon mal geschafft. Was wissen die, was ich nicht weiß? Welche Skills haben die, die ich nicht habe? Was muss ich dafür lernen? Wen muss ich dafür treffen? Zu welcher Person muss ich dafür werden, um diese Menschen zu treffen? Was für einen Mehrwert muss ich vielleicht kreieren in dieser Welt, um zu dieser Person zu werden? Das ist eine Challenge. Und damit beschäftigst du dich dann halt mit dir selber, was wichtig ist für Erfüllung. Weil erst mal an dich selber arbeiten, dann kannst du mit anderen arbeiten. Aber erst mal musst du dich hier selber, oder musst du dich selber allgemein fixen, wenn du etwas Großartiges im Leben erreichen willst. Und das geht nur mit einer Challenge, mit einer Herausforderung, mit etwas, was größer ist als du selber, was dich fordert, was dich zum Nachdenken bringt. Und wo du auf der anderen Seite dann auch weißt, okay, das wird nicht einfach. ich gehe durch Täler, ich gehe durch schlechte Zeiten, ich werde durch gute Zeiten, muss man sich bewusst sagen, okay, ich habe mir diese Verantwortung aufgenommen. Ich habe Verantwortung, ich habe Responsibility. nicht nur für mich selber dann auch, sondern für andere. Deswegen finde ich die, ich persönlich, finde die Reise oder meine Reise als Unternehmer extrem erfüllend. Weil es ist einfach eine Iteration meiner selbst die ganze Zeit. Weil ich, am Anfang ging es darum, okay, wie verkaufe ich ein Produkt, wie vermarkte ich eine Dienstleistung? Wie mache ich Geld? Dann habe ich Geld gemacht. Dann ging es darum, okay, wie baue ich ein Unternehmen auf? Wie habe ich die ersten Mitarbeiter? Dann wie führe ich Mitarbeiter? Wie baue ich neue Produkte, größere Produkte? Wie heire ich mehr Menschen? Wie halte ich die Leute im Unternehmen? Wie motiviere ich sie? Wie führe ich sie? Und dann, wie bringe ich die Menschen dazu, in meinem Unternehmen ihre Leute auszubilden, Teambuilding, dass die dann anfangen zu führen, dass sie die Werte und Visionen weitertragen, eine Kultur zu erschaffen. und dann Verantwortung zu haben und sich dieser Verantwortung bewusst zu werden. Weil von deinen Handlungen heute hängen 160 Gehälter ab, 160 Menschen, 160 Menschenleben und dazu dann nochmal, einige haben Kinder, einige haben Familie noch, Bekannte und so weiter und so fort oder Freunde, die abhängig von denen sind. Deine Entscheidungen haben eine Tragweite. Auf der anderen Seite, dass du deinem Team auch bewusst machst, dass ihre Entscheidungen ebenfalls eine Tragweite haben. Dass die sich auch weiterentwickeln, dass sie nicht aufhören, dass sie ihr eigenes Team, ihre Führungskräfte, ihr weiterschulen, ihre Departments, so und dass alle gemeinsam daran arbeiten und dass sie den Spaß daran finden. Deswegen sage ich halt, das Unternehmertum ist für mich meine Journey, aber es kann genauso wie jemand anders sein, kann der Intrapreneur zum Beispiel oder der Job im HR oder in der Buchhaltung seine Mission sein, weil er hat den Platz für sich gefunden, wo er sich entfalten kann. Das ist zum Beispiel mir sehr wichtig bei meinen Firmen, einen Platz zu schaffen, wo Menschen sich entfalten können und die müssen dafür nicht selbstständig sein oder du musst nicht selbstständig oder Unternehmer sein, um Glück und Erfüllung zu finden. Du kannst genauso gut in deinem Job Glück und Erfüllung finden, sofern du den Freiraum hast, dich zu entfalten und du hast die Führung von oben und du hast die Unterstützung von oben dafür. Auf der anderen Seite wirst du auch den Anforderungen gerecht, dich weiterzuentwickeln und in deinem Bereich besser zu werden. Genau das ist es, was mir so viel Erfüllung bringt, jetzt zu sehen, dass es in meinen Firmen es Menschen gibt, die irgendwann mal zu mir kamen mit einfach nur oder natürlich in ihrem Department, wie gesagt, jeder Spieler sollte auf der Position spielen, wo er am besten ist, aber mit Stärken und sich dann so entwickelt hat, auf einmal in eine Führungskraft, die Verantwortung übernehmen kann, die kritisch denken kann, die neue Produkte entwickeln kann, die neue Ideen auf die Welt bringt, an die ich niemals in meinem Leben gedacht habe, so zum Beispiel, ja, und die selber dann daraus diese Ideen materialisieren kann und dadurch halt sieht, okay, was kann ich eigentlich in der Welt und Erfüllung dadurch bekommt und ich unterstütze diese Person, wo ich kann und wir bauen ein gemeinsames, jeder baut einen, oder wir bauen alle gemeinsam an diesem Unternehmen auf und jeder profitiert davon dann am Ende des Tages. Nicht nur ich hier oben, der Boss, der davon profitiert, sondern alle profitieren davon. Ich investiere enorm viel Geld in die Weiterentwicklung, Weiterbildung von den Menschen, die mit mir daran arbeiten. Ich habe mehr als 30 Führungskräfte und 160 Mitarbeiter in der gesamten Unternehmensgruppe und das gibt mir enorm viel Erfüllung und das ist etwas, glaube ich, was erstrebenswert ist im Leben, entweder sowas zu finden oder sowas zu erschaffen. So, und entweder findest du sowas oder suchst danach oder du erschaffst sowas und dann geht es halt einfach weiter. Irgendwann, bis es halt vorbei ist und idealerweise machst du dann halt so viel geilen Kram in deiner Lebenszeit, dass du etwas hinterlässt, was die Welt zu einem besseren Planeten macht, zu einer besseren Interaktion. Ich meine, dafür ist die Lebenszeit ja am Ende des Tages dann da.